Diesen Trend machen gerade alle und hier ist ein Tutorial dazu. Hey, ich bin Kathi, viel mehr, folgt mir. Wir machen die Arme über kreuz und normal an die Schultern, drücken uns runter und wischen dann über den Oberkörper. Jetzt machen wir dreimal ein X und dann eine Welle mit unserem Körper. Zeigen dann einmal nach vorne, malen den Regenbogen, gehen einmal mit dem Arm nach links und nach rechts. Dann einmal am Körper runter, wir zeigen einmal mit rechts nach vorne, mit links nach vorne, jetzt zweimal nach hinten. Als letztes malen wir mit unserer Hand eine Träne, ziehen uns einmal nach links, gehen dann in die Hocke. Jetzt noch die Haare schleudern und schon habt ihr, das Ergebnis ist im nächsten Video.